Ouh! Hallo! Hallo! Ich schock dir mal hier eine Flasche. Okay, gut. Und wenn du zuschneiden kannst, ach, na gut, ist eigentlich auch egal. Obwohl, dann kann ich sogar selber zuschneiden. Was ist denn das? War das eine Gartenhaken? Die habe ich extra fürs zerschneiden genommen. Ah, perfekt. Für die Handschuhe. So. Und wenn du dir ein Messer machen willst, hier. Oder lieber für Angelhaken, wie du willst. Dann Attacke. Aber für Fleisch auch nicht schlecht. Ich glaube, wir laufen genau in die Arme. Ja. Ja, und den Typen habe ich tatsächlich mit BK18 lang geholt, ne? Ja, das ist ein Wolf, einer. Ich kann mal probieren mit dem Baseballschläger. Ja, probieren wir. Nur collect. Das war jetzt so. Oh, du stehst. Was mache ich? Oh, sorry. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Das hat dich schön geleckt. Ja, du hast ihn sogar zweimal verpasst. Eisgut. Mach die Scheiße. Du standst bei mir. Eisgut, alles gut, Eisgut. Ne, geht gar nicht. Nur einen Kratzer an. Gibt. Also du, wo erstens die Lieferung ist am Start? Eine Knochen. Gibt aber ruhig raus. Knochen hier am ersten. Da wurde wahrscheinlich auch ein Wolf zerschnitten. Im Eingangsbereich. Bei beiden. Ja. Stehen die zwei hier? Oh, hier ist ne Leiche. Oh, okay. Oh, der hat nice Kais. Ja, nice. Der, keine Ahnung, wie der gestorben ist. Ich zieh den mal schnell raus, nicht dass gleich We-Star ist. Geh den rechts runter. Der ist ungelootet. Verrückt. Ach, cool. Na, nimm dir mal die We-Star. Der ist Kais? Ja. Der ist Kais, aber leer gewesen. Also komplett leer. Ja, ja. Dann bitte du und ich pack mal auf. Ich nehm mal die vier. Was? Die vierte Baratte. Ach so. Ja. Hier ist ne CR527 leer, aber mit Mech. Ja, die kann ich irgendwie mitnehmen, bestimmt wenn ich... Ich bin tot. Ja. Direkt in bei dir in der Baracke. Ja, ich lag am Boden. Nach meinem Ableben hat Kodit den Angreifer noch gekillt. Wir haben uns wieder neu versammelt. Ein Schuss gehört und sind dem gefolgt. Können Sie mal gucken, wo es denn da ist. Ich check mal grad dieses Fell ab, was hier liegt. Ob da... Wie viel Fleisch noch daneben ist. Ah, vielleicht daneben. Moment mal, aber es war eben Wolfsteak, ne? Was der Typ hatte. Ja, genau. Hier liegt noch relativ viel Fleisch. So sechs, sieben Stücke. Dann können wir ja mitnehmen, dass wir uns da erreichen. Ich check mal was ausnehmen. Ja, das reicht sogar tatsächlich. Da muss ich die andere Kura nicht machen. Weil wir können, glaube ich, eh nicht so viel Fleisch mitnehmen. Das nimmt ja vier Slots weg. So. Oh, hier macht jemand Feuer. Okay, ich komm. Aus dem Haus raus und links. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh den aber nicht. Ich seh auch keinen. Ich geh jetzt einfach mal hinter der Scheune. In den Wald. Oder ich überprüfe erstmal, ob ich... Ich seh jemanden. No way. Da hatte ich ausgeloggt. Nein, oder? Ein Headshot. Okay. Hast du gehört? Ja, hier war gerade einer in der Ausdruckanimation. Ich hab'n. Der hat auch Fleisch dabei. Ja. Hab'n Headshot verpasst. Und das Feuer ist gerade ausgegangen. Mhm. Ich komm' hoch. Ja, gut. Ja. Der hat noch SKS, Muni, sieben Schuss. Ähm. Ah, hier liegt er, ja. Oha. 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 Das gibt's dir. Alfa SK. Auf dem ersten Classic. Wo ist der Unterschied genau? Äh, da kannst du den PSO-Sco. Nicht den PU, sondern dieses PSO-Sco. Kannst du auch so. Ich guck mal oben. Oha. Ja. Das von der, von der KM und so. Ja, ja. Ja. Das war schon lustig, dass das drauf geht. Das ging früher ab. Glaub ich nicht drauf. Nee. Joa. Also, er sagte, das ist original aus der Alpha-Zeit. Echt? Mhm. Ich mich nicht dran erinnern, dass... Wo kam ich? Ich weiß nur, dass Longrange ging halt auf die Mosin, aber... Oh. Handschuhe? ABC Handschuhe? Nice. Mhm. Ich hab sogar auch schon mal einmal... EP gefunden. So, perfekt. Wir haben... Warte, wo sind wir da? Ist das ein Auto? Ja. Ach krass, ne LKW. Ach krass, nördlich. Okay. Ist ne LKW, ist ne LKW. Den kriegen wir bestimmt verfolgt, oder? Siehst du den oder was? Nee, ist irgendwo hinterm Krankenhaus. Ich komm runter. Ja, der hat's gestoppt. Entweder ist er aus der Reichweite, oder... Ja, nördlich. Also, da oben bei dem Apartmentgebäude. Genau, genau. Ich geh mal die Treppe links vom Krankenhaus hoch. Genau, genau. Nee, ist ne Auto. Ist ne Auto? Ich seh den Spieler, der ist rechts vom Apartmentgebäude. Das ist ein Apartmentgebäude nördlich vom Krankenhaus rechts davon. Ich bin hinter dir. Ich seh den, der steht an der Ecke direkt. Hinten rechts an der Ecke sind zwei Autos sogar. Ich weiß nicht wie viele Spieler. Zwei tote Zombies. Und der ist direkt rechts vom Apartmentgebäude. Rechts daneben. Mhm. Pass auf nicht, dass... Ah, ich hab ihn gesehen. Da sind, glaub ich... Da sind, glaub ich, Garagen. Was ist denn denn da? Ja, der Zombie ist umgefallen mit dem Auto. Er geht zum Auto, er geht zum Auto. Willst du den Beinschuss machen? Äh... Er geht rein, ich... Ich... Ich schieß. Fuck. Nicht getroffen. Ihr steigt. Jetzt getroffen. Okay. Er ist bewusstlos. Und er ist tot. Oh, scheiße. Oh, schade. Ja, der ist tot. Schade. Denk ich mal. Ich mag grad überprüfen, dass er doch bewusstlos ist. Ne, er ist bewusstlos. Er ist bewusstlos. Er ist bewusstlos. Wettwacht. Don't move, don't move. Wie läuft in der Garage? In der Garage. Ich bin tot. Mittler in der Garage. Bin unmächtig. Wow. Jetzt. Ich bin direkt Svetlow gespawnt. Ich könnte versuchen, direkt nochmal hinzulaufen. Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Nach unserem Ableben haben wir beschlossen, wieder dahin zu laufen, um zu gucken, ob was von unseren Leichen übrig geblieben ist. Oh, sehr gut. Trinken schonmal gelb. Das ist gut. Also, ich bin hier echt am strugglen gerade, ne? Ne. Tatsächlich ist es in beiden Garagen, im Base mit 4er Schloss. Ja, sag ich ja. Ich hab zwei, also, ne? Ich vermute, dass das voll links ist, quasi, ne? Die ersten beiden, sowas. Ja. Dem V3S fehlt auch ne Batterie. Dein Kochtopf ist noch da. Ist da Essen drin? Ne, leider nicht. Ne, NBC. Leider keiner ist hier. Hier bin ich gestorben. Komisch das an. Ne, die haben sie ja zu schocken. Ja, die liegt noch. Achso, das ist das Inventar vom Auto. Naja. Ne, fehlen überall die Batterien bei den ganzen Autos. Schade. Das ist eigentlich auch das cleverste Batterie wegzunehmen. Oh, Moment mal. Hier ist Loot abgelegt. Oh nein. Das ist von mir. Geht's jetzt mit der Passete da wieder? Ja, jetzt gelb. Essen gelb. Ich bin schon am Brunnen. Ja. Drei Striche nach oben. Trinken. Hab ich jetzt geholt. Weil ich Flaschen vorhin gefunden habe. Hab BK18 jetzt. Hab noch 18 Prozent. 18 Prozent Honig. Alles gut. Alles gut. Also ich loot noch zwei, drei Häuser und dann gucke ich mal. Ich bin jetzt hier auf dem Apartmentgebäude. Ja, du bist ja erst mal safe. Hauptsache du hast... Ich kann ja hier unterwegs gehen. Ich bin noch ein Bugbee. Du hast ja die ganzen Sachen. Ne, ne. Ich will noch gucken, ob die halt kommen. Weißt du? Ja klar. Macht ja viel mehr Sinn, die abzukämpfen jetzt erst mal. Ja. Gibt nur leider nicht so geile Positionen hier. Ja. Wobei da oben ist noch so ein Hochhaus. Das muss ich mal abchecken. Also wenn ich jetzt so ein Glück hatte wie du. Den Honig, Alter. Dann wäre ich safe. Dann könnte ich durch. Ja. Ich muss den Honig aber jetzt noch. Oh mein Gott. Das ist rot. Jetzt habe ich rotes Symbol vom Server. Ja, ich auch. Wow. Das ist jetzt der Sinn. Das war geil los. Weil es so rumleckt bei dir oder was? Ja, ja. Ich habe durch einen Zombie. Quasi einen Zombie geschlagen. Und der ist hinter mich gelaufen. Und dann ist es ungefähr. Guck mal. Der Siegott hat mich erhöht. Marmelade. Oh. Jawoll. Es geht weiter. Jackpot. Aber die Mistgabel nehme ich mir. Die hat mir echt jetzt den Arsch gerettet. Die ganze Zeit. He he. Ich habe den Pose gefunden. Da kann ich sogar relativ viel im Blick haben. Ja, einfach das Apartmentgebäude gegenüber. Aber wenn du gleich kommst, wie gesagt. Einfach von dem. Da wo wir gestorben sind. Mhm. Die Straße entlang nach Westen. Dann kommt der Reiherreihe. Und dann im letzten. Ganz links. Das. Im Erdgeschoss links. Direkt im Flur sozusagen. Oh. Hoffentlich wird geschossen. Ah, komisch. Die Typen lassen und die Fahrzeuge bestimmt einfach immer hier stehen. Was ist denn nicht da rein? Was ist denn da? Oder was heißt auf dich wird geschossen? Was? Der hat geschossen und ist in den Wald hochgelaufen. Mit was denn geschossen? Mit BK. Ja. Seh den aber leider nicht mehr. Seh den aber leider nicht mehr. Kein Plan wo der jetzt ist. Ich bin halt Yellow Light, ne. Aber du regenerierst jetzt zumindest. Der ist ja nur jetzt gerade. Und dann bist du eigentlich safe. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Ich weiß. Ja. Das ist der. Mit was hast du dir geholt? Mit BK 18. Ah ja. Mit Aimbot. Ja genau. Immer gell? Die hat immer bei mir Aimbot. Ich weiß nicht warum. Der will baiten. Jetzt hat er schon wieder zugemacht. Also so wie ich das verstehe. Die Metalltür ist aber von der Garage. Jetzt ist er raus. Okay er ist raus. Okay er ist raus. Okay er ist raus. Der weiß nicht wo ich bin. Jetzt ist er links hinter die Garage. Der denkt ich bin auch irgendwo um die Garage drum herum. Scheiße der ist raus gelaufen und hinter die Garage. Aber jetzt sehe ich ihn wieder. Hol ihn dir. Probier's. Er muss ja gleich nochmal das Schloss irgendwie machen. Ah shit der Stand gerade kurz. Er guckt sich um. Sieht mich aber nicht. Vielleicht geht er mal ans Auto. Ja er ist am Auto. Er bewegt sich die ganze Zeit. Muss einen perfekten Moment erwarten. Aber ich kann ihn easy holen wenn er ans Schloss geht. Weißt du. Ist das Schloss denn jetzt dran oder. Ja 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 das Schloss ist dran. Aber hoffe ich mal. Fuck ich hab hier die Möglichkeit. Ich hab ihn getroffen aber er ist bewusstlos. Er ist bei 5 Sekunden später bewusstlos geworden. Ich hör die Schüsse. Ist tot. Schuss auf mich. Vom anderen Apartment Gebäude. Ah ein Freshspawn. Okay. Ist tot. Nice. Ist das Schloss denn jetzt dran oder. Ich hab ihn getroffen aber er ist bewusstlos. Bei 5 Sekunden später bewusstlos geworden. Ist tot. Ist tot. Ist tot. Schuss auf mich. Vom anderen Apartment Gebäude. Ah ein Freshspawn. Okay. Ist tot. Nice. Ja ist tot. War von meinem anderen Apartment Gebäude und Freshspawn wahrscheinlich einer von denen die zurück sind. Alter die Einschläge waren gerade bei mir im Wald. Echt? Ja man. Ja ich hab wahrscheinlich durch den Freshspawn durchgeschossen auf den anderen Berg. Ja die eigentlich schwöre ich speichere das ab. Die Schläge waren links von mir. Ich bin genau gegenüber von den Apartmentn. Nein. Ja die waren links von mir gerade. Ja ja ja. Ich hab noch geguckt ob da noch Waffen sind. Ja. Naja eigentlich nicht. Ja ja ja. Und da. Hast du schon einen schönen Rucksack an? Ne auch einen blauen Weg. Einen blauen ja. Wir sind ein blaues Team heute. Naja. So und dann jetzt nicht erschrecken wie viel hier liegt ne. Alles gut. Deswegen leckt es hier auch so. Ja. Für zu. Ach du Scheiße. So ähm. Puh. Also ich werde tatsächlich. Ich nehm meine Mämosien wieder. Ich nehm meine Mämosien wieder. Ja mach das. Dann nehme ich die Tundra. Ja ja klar. Nicht das hier jetzt. Hallo. Was mit LKW? Ein paar Tage später haben wir beschlossen den ganzen Loot mitzunehmen und diesen an Bambis zu verspielen. Oh Moment mal ich seh die äh im прев 90 zum ersten Wagon bei den Gleisen Da ist ein Spieler drin. Ah ich krieg sogar. Oah er kriegнок. Ja zu recht ein bisschen was. Dass macht er da. Er guckt umher. Und vielleicht wartet er auf Bambis. Hehehe. inte. Er ist er- er glaub ich an der rechten Ne ist wieder an der linken seite. Hey da ist aber noch ein spieler glaub ich drin. Ich glaub das noch ein Fr خuspe und ich seh grade ein Arm ohne Ecke. Ja ja. Seh ich auch ja. Tatsächlich seh ich auch. machen wir mal den schalldämpfer drauf was ist das denn? ey wie random wo bist du? rechts von dir 90 grad rechts von dir im Busch direkt willst du mal rechts von dem Waggon und ich links gehen? ja schießen wir oder? überfallen wir? was machen wir? weiß ich nicht müssen mal gucken wie viele es sind ja ist tatsächlich ein fresh spawn da drin ich meine wir sind ja schon ultra krass equipped, wir brauchen ja nix von dem, jetzt ist er also der fresh spawn hat nichts sehe ich und der jetzt equipped ist raus und beide jetzt raus links und an der linken Seite laufen Richtung Berizzino aber der fresh spawn hat immer noch nix also ich glaube die gehören jetzt in dem zweiten Waggon gehen beide rein soll ich die tasche hier einmal abwerfen? oh wie willst ich werf die mal ab jetzt sind sie links von den Waggons im Schuppen jetzt laufen sie wieder zu den Waggons looten anscheinend ey was ergibt gar keinen sinn dass der equipped dem fresh gar nix abgibt so hol die da jetzt zusammen und jetzt looten ne? vielleicht haben die sich gerade erst getroffen hm so hab die tasche erstmal abgeworfen hm der lootet ja relativ, der hat zwar Waffe in der Hand aber die gucken ja gar nicht nach Spielern hm so probieren am besten gehen wir dann gemeinsam auf den linken den fresh kann man ja erstmal außen vor lassen denk ich ja ich komm zu dir rüber ja ich hab ihn zuletzt äh bei dem Restaurant bei dem Backsteinhaus ja ich bin unter dir ah ja ja ich hab ihn zuletzt hier vorne beim Restaurant Backsteinhaus gesehen dahinter und weiter Richtung Container gelaufen das heißt er wird jetzt wahrscheinlich die Container gerade am looten sein ah ich seh ihn er ist gerade links in den Schuppen gelaufen er ist zwischen Backsteinhaus und Schuppen ja 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 hab gesehen wieder zum Backsteinhaus jetzt wieder von links nach rechts hinterm Backsteinhaus müsste er sein ich weiß nicht ob der Zaun jetzt aufhält so hm er ist wieder weg schade wir können auch versuchen mit ihm zu reden einfach ja wenn er mit Waffe in der Hand ist ja lass mal gucken ob er vielleicht noch weiterhin seine Waffe in der Hand hat hm das sind die besten Momente alter wenn Adrenalin steigt so sie ist beobachten naja genau feierig hm wo wollen wir rüber hm links oh alter wir sind hey man oh okay okay you scared me okay ah ja you scared me too holy shit you you want to win a little gun win win yeah win how do i win i explain it to you we just have to play a little game okay but maybe let's just go over there in the forest i don't want anyone to see us you can win a very good gun okay 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 as long as you don't die ok 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 spawnt einfach vor uns dann auch haha ha 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 wo ist denn dein rucksack dann hab ich abgelegt dann kannst du ja gleich mit dem spielen und dann hole ich die Wache ja das klar what's your name my friend dann machen wir ehm dylan how are you dylan dylan yeah my name is jay jay nice to meet you nice to meet you too my friend do you play alone ehm usually yeah ok nice also das war die welche Wache wollen wir geben und dann würde ich SK geben ne how about you guys you guys team usually yeah yeah you can you can win an SKS with ammunition soo we have to play a little game like we do the thumbs up thumbs down animation you know we switch between thumbs up and thumbs down and you have to say stop and when one of us has the thumbs up then you win the gun understand ok yeah we can do it we can do it with one yeah yeah we can do it with one come let's do so you see he can switch between thumbs up and thumbs down and when you say stop he stops and when the thumbs up you get the gun and if the thumb is down you don't get it ok ok but be aware that there is a slight delay between the voice and his reaction ok ok stop so are you ready then no uch oh no we have to kill you no no just kidding yeah that's the prize for not winning thank you it's a good game good luck take care and maybe next time yeah more luck yeah man good luck see you guys see you later see you later goodbye goodbye naja that's the first time by bericino running oh wait a moment yes i have one i have one at the beach house where i am right right on the street he has a green uh waterproof bag orange jacket now he runs now he runs between the house and the double-stack right on the street right on the street right on the street let's go ahead let's go ahead let's go ahead there can obviously everything is in the rucksack but I don't know but yeah one of us will react well we know 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 right from the house here when we went out that is spotless sponsored by cheap Punkt. Oh, glas. Genau, genau. Muss er ja irgendwo bei den Gebäuden jetzt... Ah, der ist jetzt in den braunen rausgegangen, läuft jetzt nach rechts. Ah, ich seh ihn. Optimal. In Sachsen, Entschuldigung. Aber der wird uns ja gar nicht checken. Nein, das ist wie ein NPC, guck mal. Ah, jetzt, jetzt. Jetzt können wir einen Überfall einleiten. Ja. Soll ich? Keine Ahnung. Wie du willst. Ach, Mann. Ich mach mal die Tür zu. So, ich seh nix. Keine Ahnung, unten oder oben. Hallo. Oh Mann. Guck, guck. Ah, ist unten. Ah, ist unten. What's up, Mann? Yeah, Mann, I just spawned. Es sind zwei, Rico, es sind zwei. Ernsthaft? Okay. Ja. Ein Zombie, ich steck den Eingang. Ja. Ja, Mann, I just spawned. Kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Ah, okay. Ich seh ihn und nicht mehr. Hast du wirklich zwei gesehen? Nee, zwei Reden gehört. Nee, ich nicht. Ich schon. Ich hab zwei verschiedene gehört. Are you alone? Ja, Mann, I just spawned. Mann, du kannst komm und check, wenn du mir nicht glaubst. Oh komm, guck mal. Wir spielen mit uns. Okay. Okay. Okay, hier. I'm coming out. Okay. Bing, 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 bing. Ah, just kidding. Okay. So, we have an opportunity for you. You can win an SKS with ammunition. Okay. But we have to play a little game. Hey, Mann. Yo. What is this city? Hello, my friend. There's not enough. Oh, oh, oh. Drop this weapon. Drop the weapon, man. Put it in your inventory. Can you put your knife away? Thanks, Mann. Yeah, Mann, of course. Is this... Okay, hold on. Let me check the map. Actually, we have to send one away. So, we can't find one here. Yeah, send one away. Is this a Pericino or something? It's a Pericino. Yeah, take this. Thank you, Mann. Ah, thank you, Mann. No problem. Here, guy with the backpack. Just follow us. Let's pull with him auseinander, yeah. Bye, bye. Bye, bye, Bruno. Do you have a thumbs up or do I do it? I do it. What? Google will speak better. I understand all of them. We can do it. We can do it somewhere in a building. Yeah, let's go into the piano house. Okay, we just go into the piano house over there. Then my friend is going... Thumbs up and thumb down. So he changes between thumbs up and down. And you have to say stop. And if the thumb is up, you get the SKS. And if the thumb is down, you don't get it. It's okay. Okay. You will see and then you just have to say stop. But you have to be aware that there's a delay between your voice and reaction, you know. It's a bit delayed to the voice in this game. Does that know? Okay, so explain again. So you can just watch his thumb. He makes it like up and down. Yeah. He switches between up and down and you have to say stop. And when the thumb is up, you get the gun. And if the thumb is down, you do not get it. Okay. I understand. Are you ready? Then he continues and he has to say stop. Yeah, 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 yeah. Stop! Ah, damn it, man! That's bad. Unlucky, man. I may have another chance to give. Yeah, come again. Okay, we'll give you a second chance. You have a second chance. I'll do it better. Okay, okay, okay. Maybe just don't look at it because there's a very big delay. You're ready? Yeah. Yeah. Okay, okay. Wait, wait, wait. Okay, now, yeah. Stop! Oh, that was... Sorry, man! No, man! Yo, what are you guys even doing here? What a fucking battler. I just want to make someone stay. I think this game is fucking hard. Normally, I play Rust if you know that game. I do now. I do. Maybe you have better luck with me. Okay, okay. Okay. Okay, I'm ready. Stop! No, man! You are not kidding. I'm fucking unlucky, man. A fucking game? Three times down minus, it's like a thumbs up, right? I started playing this for like 20 hours ago. Normally I pay Rust. It's only for playing with some of my friends. Just trying it out. It's fucking hard. I don't understand the recoil. Okay. Three times thumbs down is like one thumbs up. So, we'll just give you the gun. For this bad luck. Aber nicht mehr, wenn wir die Gebäude verlassen werden, ok? Ich droppe noch Moni, ja? Ich werde nach vorne gehen, glaube ich. Ist es nach vorne? Wenn Sie mich sehen? Ich denke, das ist nach vorne. Ja, das ist nach vorne. Ja, ich gehe hierher. Ist es nach vorne? Das ist nach vorne, das ist nach vorne. Okay, aber ich gehe nicht in die Lande. Das ist nach vorne. Okay, das ist gut. Wenn Sie mich sehen. Dann, ja, wir verlassen die Gebäude. Und ich hoffe, dass Sie die Geräte nehmen können. Okay? Ja, danke, Leute, danke. Kein Problem. Danke, sehr viel Glück. Ja, Sie auch. Bye-bye. Bye-bye. Der hat so Pech gehabt, der hat mir echt weh getan. Ja. Wie kann man den dreimal mehr schauen? Das ist natürlich wirklich besser, wenn man einfach gar nicht guckt und dann in Zufall das überlässt. Ja, denke ich auch. Da war der Zombie hier beim... Ah, Facebound mit Police, mit Shotgun auf dem Rücken. Oh, was auch? Zwei, irgendwas. Der trinkt am Brunnen. Oh, okay, ich komme. Kann man jetzt direkt ansprechen. Oh, hat der Shotgun in die Hand genommen. Ich hoffe, Shotgun. Ich hoffe, Shotgun. Hat der Shotgun weggemacht. Okay. Die Hände hoch. Ja, sehe ich, sehe ich. Can you talk? Hallo? Can you talk? Hallo? Hallo. 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 Where are you from? From which country? Wie viele? Brazil? Mhm. Shit. You... Do you want to play a game? And win a Mosin? No. No? No. Okay. No, no, no. So, you don't want to win a Mosin? With ammunition and scope? Mhm, mhm, mhm. Komisch, ne? Jo, dann gehen wir weiter. Dann, have a nice day and good luck. Okay, good luck. Good luck luck. Was ist dein Vogel? Hat der rote Muni da gehabt, oder was? Ja, ja. Das wäre jetzt einer von uns, wer hätte dran glauben müssen. Toll, da sind wir ja mehr. Mhm. Quasi jetzt so Blick Richtung... Eh, wenn bei der Brücke sozusagen, bei der letzten Brücke von Cerno. Okay. Mit dem Waggon drunter. Und ich gehe hoch in den Wald, dann habe ich... Oh, ich sehe einen Freshspawn. Direkt bei der Brücke. Ja. Der Wacken. Was meinst du? Äh, der Wink. Alles klar. Wir kommen in die Richtung. Hallo, bitte. Hey, Mister. How are you doing? I'm waiting for Freshspawns. You want play a game? W-w-w-what do you want? Muss man so tun, als wäre ich ein random jetzt, oder so. I just spawned. Oh, da ist ein zweiter sogar. Is it your friend? Behind you? No. You won't? I don't have any friends. Where are you from, my friend? I'm from Europe. Europe? Hm. Yes. Do you want my loot? You want... No, no, no. I can give you my bandage, as a sign of good peace. He said, you want your bandage? I just... Is it your friend? Is the two or something? No, I don't have any friends. What? What are you... Alone, dude. I just spawned on the server. Okay. You can kill anybody you see. I don't have any friends. Do you want me to kill a friend? I can kill anyone. I don't have any friends. What? I just spawned in the server. Er ist einfach weggelaufen, hat uns gesehen, er ist weggelaufen. Oh ok. Er will auch jetzt gehen. Könntest du mich in die Richtung der Stadt richten? Das ist Elektro. Wo seid ihr da? Das ist Czerno. Ich freue mich nicht. Ok. Noch ein bisschen. Ok. Ich denke, ich gehe da dann. Du brauchst Essen? Ja, aber... Oh, danke. Kein Problem, mein Freund. Kein Angst, mein Freund kommt. Hast du mir schon gesagt, dass ich komme? Ja, ja. Gucken wir mal bei dir sein. Was soll ich sagen? Hallo. Gucken wir mal aus welcher Stadt er kommt. Äh, aus welchem Land. Achso. Hallo. Hi. Where are you from? I'm from Europe. I'm from Europe. What did you say? From Europe? Wow. I'm from Europe as well. Wow. Wow. So, so, what language do you speak? Do you speak Europese? Yeah, Europesean. Wow. Nice. You guys play in a group? Yeah. Two snipers on the hill. And we two are here. Ah, nice. But you won't see them. They are very professional snipers. Ah, ok, ok. No, I just spawned on the server. I just spawned. I don't know what to do. I don't know what to do. I'll come give me a bit more than I'll go for the white side. I guess I'll go with the down. You play now? Yes. So, um, which part from Europe are you from? Um, Eastern Europe. Eastern Europe? Yes. Yeah? Uh, I'm from Croatia. Oh, ok, nice. I'm from Sweden. Oh, nice. And he's from France. Oh, nice, nice. Um, we have a little, uh, game for you. Uh, you can, you can win the Mosin with Scope and Deminition. Ok. Ok. But I don't know what I'm gonna do with it. But ok, I'll play along, ok? You just have to, uh, you see my friend, he makes the thumbs up. And, uh, he changes between thumbs up and thumbs down. And you have to say stop, and when the thumbs up, you get the Mosin. And if the thumbs down, you don't get it. Ok. And, uh, yeah, just be aware that there's a little delay. So, I don't know, I think it doesn't make any sense if you look at it. Just say stop at any time, and then that's your luck that chooses what you get. Ok. Ok. Yeah. So now just say stop, and he stops, and then you see if you get it or not. Stop. Oh, shit. Oh, shit. Nice. Thanks. Hast du noch einen Laden? Naja. Naja, ich hab keinen. Am Muni lege ich ihn woanders hin. Auf die Brücke. Nice. So, my friend, wait a minute. My friend, uh, lays you, uh, places some ammunition somewhere under the bridge. Just wait here. He, uh, places some ammunition. Wait, wait. No problem. No problem. Uh, thanks, thanks, thanks. No problem. Und dann, uh, five. Er wird gleich auf uns schießen. Ah, und dann schon mal weg. Ja. Ja. Und dann ist er in den Wald hoch direkt. Mh. Ich bin auch gespannt, ob er wirklich auf uns schießt. Safe. Simic hat gesagt, er wird die Waffe wahrscheinlich schnell verlieren, weil er wohl anscheinend nicht so gut in dem Spiel ist. Er läuft jetzt nach rechts. Der hat ihn noch nicht durchgeladen. Aber doch, jetzt. Jetzt. Nach Elektro ist noch ein Bambi gelaufen. Ah, ok. Ja, du schießt tatsächlich, er ist wieder auf dem Rücken gepackt und läuft jetzt nach Tschern. Oh, da unten ist noch ein Bambi, der kämpft dann. Oh, ja. Sollen wir den abfangen? Ja, warte mal, bis die zwei sich getrennt haben, oder? Ich weiß nicht, was die jetzt da machen. Ich hab Bock jetzt nochmal, um den zu dem mit der Mosin zu rennen. Ne, ne, der wird uns da, ja. Hat vielleicht Schiss vor unseren zwei Snipern im Wald. Mann, die reden jetzt miteinander. Ich bin bestimmt so, hey, wir haben sogar das selbe T-Shirt, die zwei. Geil. Wie viel Munni hast du hingelegt eigentlich? Na vier, zwei mal vier Schuss. Alles klar. Ich dachte erst mal vier, dann dachte ich mir, naja, scheiß noch, gebe ich ihm noch mal vier. Ja. Aber 20 wollte ich ihm nicht geben. Das ist zu viel. Mhm. Gut, der hat ja gesehen, wenn man mir hat, dass wir auch Plattenwissen haben, oder so. Wäre dumm, wenn er dann schießt. Aber wir können ja den einen Typen in Elektro finden. Der zu uns kam, dann gesehen hat und ist wieder weggeraugt. Wenn er nicht so lost ist und er stirbt, dann machen wir da unten. Aber jetzt kommt er in unsere Richtung. Jetzt wollen wir abhauen. Dann kommt er so in den Wald. Kein Bock, dass die... Wollen die uns killen. Er hat seine Waffe zwar nicht draußen, aber ich kann mir vorstellen, dass die... Warum sollte der sonst zu uns laufen? Aber nicht jeder Freshspawn möchte mit uns mitspielen. Äh, Freshspawn, 90 Grad rechts von mir an der Küste, von dir aus gesehen links. An der Küste? Ja. Ich lauf genau auf ihn zu. Von dir aus gesehen. Ja. Ja. Der läuft auf mich zu. Oh, ok. Ich höre den Trainer in Hamburger. Ach da. Ja. Ich bin auf der Straße. Biss. Ach so. Weiß das. Warte. Und hat aufgegeben. Hey. Was ist denn? Ja, der ist tot. Hat mich angegriffen. Wow, wie unnötig. Hat mich zweimal geschlagen. Konnte ich gerade nichts machen. Weil in dieser scheiß Animation, wo die Waffe so schräg steht. Ja. Scheiße. Riesen. Oder zumindest hat er seine Richtung. Ja, kann man auch. Ist jetzt auf der Straße, ne? Na, jetzt sehe ich ihn immer. Ist er von links oder rechts? Ja, der ist. Wir reden doch von demselben, ne? Auf der Straße von rechts nach links ist er gerade rüber gelaufen, oder? Ja, kann sein. Weißes T-Shirt. Genau, weißt du. Okay. Ich hab noch nicht gesehen, ob er jetzt rechts oder links rein ist. Jetzt läuft er auf den Schienen. Also siehst du, er läuft jetzt. Ah, ja. Ja, dann reden wir von demselben. Na, gucken wir mal. Ob der junge Mann kooperiert. Unterwegs. Äh, rechts von uns Spieler hat Schienen gelegt. Direkt an diesen Bütchen. Vor uns. Direkt hier. Wachen oder was? Hey Dude. I can see you. I can see you. I can see you. Hello. Hello. Don't scare, don't scare. Ah. Oh, oh, oh. Did you want to shoot us? No, I'm looking for a shuttle. Huh? Hi. But Kamishovo is already looted here. Er ist deutsch, glaube ich. So I want to look at Elektro. Where are you from? Ah, Elektro ist bestimmt ein guter Spot, glaube ich. Okay. Wir können deutsch reinhaufen, gerne. Okay. Ich hab mir schon gedacht, ja. Sehr gut. Können wir in den Wald dann besser? Hast du Waffe für... Weil wir haben vorher da noch jemanden gesehen. Ja, die Jungs kamen ja auch entgegen. Die sind weiter Richtung... Richtung Wald. Okay. Okay. Ja, Richtung Wald, sehr konkret. Den meint ich gar nicht, aber okay. Was hast du denn für deine CR da? Leider nicht. Leider nicht. Ich hab noch, glaube ich. Und Scope hast du schon, oder was hast du drauf? Scope hab ich drauf, ne? Willst ne AK gewinnen? Wir haben noch einen im Angebot. Ne AK? Ja. AKS mit Magazin und Muni. Ich würd mich auch über SKS Muni freuen, aber AK ist auch nicht schlecht. Ich hab leider kein SK Muni. Naja, wir haben da keine mehr. Wir haben alles weggeschmissen, was wir nicht mehr brauchen. Wir haben auch keine Waffen, die wir dafür mit der Muni... Wenn du willst, kannst du grad mit dem Spiel mitspielen. Dann kannst du AK gewinnen. Genau. Ich erklär dir mal. Also hast du Bock drauf? Ja klar. Okay, guck mal. Ich zack, daumen nach oben. Und tippe schnell runter hoch. Und wenn du Stopp sagst und der Daumen ist oben an, gewinnst du die AK. Daumen runter eben nicht, ne? Musst du dran denken, da ist so ein kleiner Delay halt, ne? Also wenn bis dahin das, was du sagst, bei ihm ankommt, dauert es immer 1-2 Sekunden, ne? Ich werd dir auch raten, sich lieber umzudrehen, damit du nicht siehst, weil... Ne? Genau. So. Wegt eigentlich nichts zu gucken wegen dem Delay. Genau. So, ich starte. Jetzt, ja. Sagst du irgendwann mal Sport? Stopp. Okay, Stopp. Okay. Dreh dich um. Zieh dir das Ergebnis. Guck dir das Ergebnis an. Und wir müssen nicht abhören. Nein, Spaß. Wie ist denn dein Name, wenn man fragen darf? Ernst, könnt ihr mich nennen. Ernst? Oh, okay. Genau. Cool. Okay. Ich bin der Igor. Oh, da sind zwei Freshspawns an der Küste, ja. Die laufen nach Elektro. Okay. Egal. Kann ich ein bisschen Fisch geben? Mehr hab ich leider nicht. Ich bin der Igor und das ist Thomas. Oh, das tut. Ah, seid gegrüßt. Ich hab tatsächlich gar keinen Platz, also... Nur bitte gleich nehmen, wenn wir weg sind, ja? Ja, okay. Ich dropp dir am besten wieder zurück. Wenn wir gleich weggehen, kannst du dir auch wieder nehmen, okay? Kriegst gleich noch mehr, alles gut. So, hier hast du zwei Max. Die Muni dann noch in die Magazine reinladen, ne? Und sehr, sehr viel Manifestion. Ja, sauber. Das ist ja richtig nett. Sehr gerne, Ernst. Hast du alles hingelegt? Ja. Alles klar. Alles klar, dann viel Erfolg mit der AK. Ja, euch auch noch viel Spaß, ne? Ja, bis dann. Immer schön freundlich bleiben. Genau, macht's gut, ciao. 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 Das war's geil. Das war's geil. Das war's geil. Du bist so 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 geil. Der ist nach links gelaufen. Kann sein, der ist nach links. Lass uns vielleicht ein bisschen zurückfallen. Der war so 50 bis 100 Meter und dann ist er ein Stück nach links gelaufen. Kann sein, dass er mich gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher. Er hat auf jeden Fall meine Richtung. Ja, er hat uns gesehen, zielt. Ich versuche nur nach links zu umrunden. Ist ohnmächtig. Stopp. Ist ja weit weg. Nö, liegt bei mir. Ich aim auf ihn. Warte, ich feste den. Stark. Ich guck mal ob noch weitere da sind. Ja. Schon so nahe. Da ist er voll auf uns gesprintet. Warte, ich verbinde ihn mal. Ja. Der ist schon auf uns. Willkommen, mein Freund. Hallo. Kann man reden? Hallo. Wie geht's? Hey. Wie geht's? Wie geht's? Du hast ihn auf uns gespielt? Nein. Ich bin nicht. Ich bin in den woods. Und dann hast du mich gespielt. Ich habe mich gespielt. Das ist eine lustige, die ich versuchte dich zu machen. Was bedeutet er hat auf dich gespielt oder was? Nein, nein. Es sind sicher. Ich bin vorhin mit einem Freund auf dem Kost. Sie hat mich direkt auf mich zu gelocken. Ich bin nur in 5 Minuten. Ja. So, du hast mich nicht gesehen, als es eine Distanz war? Nein. Okay, okay. Ich versuche, wir schauen uns an die Sachen und dann kannst du weitergehen, okay? Ich nehme seine TAM und lasse ihn die nächste, oder? Oh ja, das ist ein gutes Update. Dann check mal sein Kram, dann gucke ich mal gleich. Also du gehst davon aus, dass der mich schon gesehen hat, als ich den nächsten Protokoll habe? Ja, ja, der ist direkt auf mich zugelaufen, der wird halt 100% gestiegen. Dann lügt er uns an, aber gut, im Grunde macht es auch keinen Unterschied. Ja, genau. So oder so hätten wir den Überfall. Ich habe gesehen, der hat Plattenweste. Ich habe noch nie auf diesem Server, ich kann mich nicht erinnern. Wo bin ich, wo bin ich? Ich bin fast fertig, ich gebe ihm nur die Gmuni und alles, der hat die Waffe von mir gebracht. Mein Freund hat deinen AK, aber er hat einen 16. Er hat dir auch die Bullets 12. Okay, komm. Kann der sonst noch so 5 Kram? Gucke ich mal, ob ich irgendwas weep. Puntra Muni! Danke dir! Ja, wollte ich gerade auch nehmen, ja. Hat er viel M4 Muni, heilige Scheiße. Ja, das habe ich reingetan. Achso. So hattest du es, dann hast du viel M4 Muni gehabt. Genau, ich hatte viel M4 Muni gehabt. Der hat noch Epoxid, hast du das schon? Ich habe schon eins, dann nehme ich mir seins noch. Nicht du noch mehr M4 Muni reißen. Ja, mach das, brauchst du dann immer. Ich hole mir noch ein bisschen die Dose hole ich noch mit. Willst du ja nicht alles an Essen mitnehmen? Hat er noch extrem viel. Ja, ja, ne, ich habe auch drei Stücke mitgemacht. Pistolenschalldämpfer. Falls du einen draus hast, hat er noch Messer. Oh, ja. Nehm das Messer drauf. Dann gibts ihm seine. Hab ich, hab ich. Ich hab gewächselt schon. Pistolenschalldämpfer eigentlich nicht drauf. So. Dann sag ich ihm ja seit 2 Minuten warten, dann kann er auch später ausbrechen, ne? Genau. Okay. Ja, you can check your surroundings here. Okay, there is the cooking pot and some other stuff. You have the M16 in the inventory with bullets. Now you have to wait 120 seconds. After that you can break out. You break out before we shoot you. Okay. Oh, Mike. Stay well. DJ. Stay safe, good luck. Bye bye. Stay well. Stay well. Ich bin ganz froh, wenn er noch lebt. Hehehe. Der hat safe, äh, Tattungs gepusht. 100%. Ja. Ja, ich hab ihn halt gesehen. Er ist irgendwie so relativ fast gerade auf uns zu. Und ist dann auf einmal nach links. Hier seht ihr nochmal die Aufnahme in Zeitlupe. Er lief erstmal nach links. Und dann hat der Nico gesehen und hat angefangen, diesen zu pushen. Wir sind dann weiter Richtung Erfit gelaufen und haben eine sehr, sehr merkwürdige Bewegung gehabt. Und zwar haben wir einen Typen gesehen, der einfach mit einem Megafon aus Erfit rausspazierte, der ein bisschen blind war. Wir sind ihm gefolgt und, ja, seht was passiert ist. Der ist ja echt blind. Der ist ja echt blind. Was ist denn in der Scheune drin? Ich nehme meine Pistole in die Hand, so als friendly. In der Scheune. Ja, ich bin ja noch ein Problem mit der Waffe. Jetzt ist er in der Lute in der Scheune. Jetzt ist er rechts raus. Richtung Viber raus. Er läuft weiter Richtung Viber. Hi. Hi. Hey, can I interview you guys? Hi. Can I interview you guys? What can you? Can I interview you? Can I interview you? Talk to you. Interview? Oh. Yeah. Yeah, can I interview both of you? Is that okay? Can I just interview you and ask what you are doing with your Megafon? Coming from the airfield? Yeah. Yeah, I'm like meeting people. I met some dude in the airfield and I'm like, yeah, I'm just talking to people at the minute. Is that okay if I like interview you? I'd really like to interview you too. Is that okay? We have to discuss first. Let us talk to us. Yeah, sure, sure, sure. I'll let you guys discuss. You do whatever you need to do. Okay, I'm gonna set your hands up. What do we do, right? Do you want to do an interview with him? Okay. Do we want to do something in the waterfield or what? That's better, right? F5, yeah. Do we want to do something in the waterfield or do we want to do something? Maybe not in the ceiling? In the ceiling? You can do something. Yeah, sure. Okay. I'm alone currently. Just follow us to the building over there and then you can do the interview. Yeah, 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 yeah. Thank you. But don't forget your microphone. Oh shit. Thank you. Can he please drop his things so we can't see weapons? Okay, okay. I'll walk ahead of you guys if you want, yeah? I'll walk ahead of you guys if you want, yeah? Yeah, yeah, sure. Which building do you want to go to? I don't really mind. Oh, there. The next one. Okay. Do you want to see a guy? Yeah, exactly. Okay, that's clear. Okay. So, the primary weapon can he definitely not have. He can probably be in the MP5 because we are too late. So, did you see someone at the airfield? Yeah. Yeah. Um... I'm gonna do name Coco. And... He was pretty chill. But I don't know where he's gone now. He went like north towards like Bashnir kind of area. Is there a preferred room that you guys would rather be in? Or is this good? Or we're going a bit into the airfield. Come on. Yeah, let's... Can I just get a picture for the thumbnail, by the way? I... I put these online, these interviews. Is that okay, by the way? We just changed... We just... We just changed the... The building too over there. Oh, okay. Sure, sure. Just follow me. No worries. I mean, the right one is a slogan or something. But what's just in the tank? What's checking? No. You don't want to be surprised by the enemy. Stop in the corner really quick. I want to see... If there was... No. That's not... That's not too surprised. With a pistol. Yeah, with a pistol too. Mmm. Fine. Check. Do you know that? No. Ich habe einen Hatt und Globes und so. So, where do you want to post your interview? I do them on YouTube, usually. Sometimes on Reddit. Okay. What's your YouTube channel called? Just type in InterviewZ. Thank you. So, what's your YouTube channel called? Just type in InterviewZ. And you should be able to see it. It's called Who Even Plays, the name of the channel. Can you type it in the chat? So, what was it? Just our Interview and then Z at the end. InterviewZ, okay. So, we can get famous? Oh yeah, dude, totally. Oh, cool. I'll introduce you to everybody. Bill Gates and... I don't know. I'm kidding, by the way. So, what are your names, by the way? I'm Jay. My name is Fridolin. Friedrich? Fridolin. Friedrich, genau. Oh, Fridolin. Yeah. Okay, cool. In the neck. The whole 15-minute interview, of course, I won't be able to see it here. You can watch the colleague, as you already said, on his YouTube channel. Please watch it. The greetings from Fridolin. And we'll continue with the video. German? German? Yes, correct. You are German? Yeah, we are German. So, where are you from? From which part of Great Britain? Hello. I'm from London. But, funnily enough, I'm actually going to Germany next week. I'm going to go to Berlin. There you go. Berlin? Okay, nice. Yeah, I'm going for a friend's wedding party with all the guys. We're going to get fucking... Okay. I'm scared, man. Anyway. It's going to be great. Yeah, it was nice meeting you. Yeah, likewise. So, I just opened the door again with a lockpick. Yeah, yeah. Have yourselves a nice one, guys. And have a nice time. Were you guys from Deutschland, by the way? Out of interest? I live in the Southwest. Oh, nice. Northwest? Oh, nice. That's cool. Alright. Well, thanks guys. I really appreciate the time that you took and stuff. And thanks for not shooting me and whatnot. Yeah, no problem. So, what was your name again? Interview Z? I don't know how do I type again. I mean your real name. You said... Oh, Nick. Just Nick. Yeah, yeah, yeah. Yeah, likewise. Have a nice one, guys. It's our way out. That's what I've never experienced. No, I haven't. No, I haven't. No, I haven't. Alright, good luck. Take care. Bye bye. WTF? But I haven't done it yet. A funny guy, dude. How he runs around here, right? Shit, there's a zombie. Okay, he wants to go to the East, right? Yeah. Mmh. No. 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 I'm a shit-un. No. kills bekommt das schneiden die dann im video weil die komischerweise die armee community die feiern das also wie die englischsprachige sagen oder spieler auf wmc ist in die längsbaracke reingegangen auf jeden fall nicht unser interview definitiv ja von mir aus die frage einer beobachtet einer ran dann laufe ich rechts über moment habe ich epi ja schon ich setze ein ep rein epi ist drin glaube ich quer fällt spieler direkt vor mir rechts an rechten mauer mit grünem hunting backpack der macht ein zombie ich seh den nicht wegen den bäumen ja der ist scheiße ich könnte den jetzt hier richtig da stand ja auch gerade zombies auch spieler direkt vor mir rechts an rechten mauer mit grünem hunting backpack der macht ein zombie ja ich seh den nicht wegen den wollen es scheiße ich könnte den jetzt hier richtig schießen bewusstlos kannst du die tüber beobachten ja oh schuld auf mich ich bin bewusstlos wo äh war schall gedämpft aber ich glaube auch irgendwie rechts an der rechten mauer irgendwo dahinter genau da wo ich nichts sehe ja der typ stand direkt vor mir hab ich die schuze abgriffen und dachte dann vielleicht ist sein kollege dann da schon tot soll ich probieren ja jetzt probieren was du probieren kannst jetzt ich probiere ich probiere und wenn ich dann starte ich probiere ich probiere ich stecke ich stecke aber ist noch nicht ganz geladen ich muss mir warten ich habe den noch von weiten auch einmal gesehen ungefähr auch an dieser pose er müsste hinkommen und bis ich da war waren nicht schon recht was soll ich dir dann entgegen laufen also in der base ist auch keiner, also ich mach jetzt hier ja, aber ich muss mal gucken hab einen von denen ist einer zurückgekommen na nice ne, ist nicht einer von denen scheiße fuck der wollte mich gerade hinter mir zerschießen wie, du hast den doch jetzt bekommen oder was? ja, ich hab den bekommen, aber der hat keine LAR weißt du, es war auch ein dritter von denen, der noch Loot, der jetzt den Loot, den du von mir genommen hast, nehmen wollte, wer weiß auf jeden Fall ist der Tor ne, ich guck mich hier oben, aber nicht niemand normalerweise müssen ja meine Schüsse dann jemand rausgelockt haben, aber ich bin nicht niemand da, aber guck mir da hin wenn Leute dann nicht so, oh, da wurde der Zombie links vom Medic hinten links dann muss hier jemand irgendwo sein du bist so leggy hm? du bist so am Teleportieren, ja ach schatz ich auch? guck mal ich du, es geht noch ein bisschen oje, ja ja alter Gott ja, muss hier irgendwo sein, der Typ ich denke, dass er noch ein Medic ist ich guck mal auf die Türen, war links die Tür offen? boah, hab ich gar nicht drauf geachtet, oder? rechts sind alle zu rechts sind alle zu links ist auch zu ich guck aber ich seh es nicht, wenn die Tür nach innen aufgeht ja hier rechts links ist zu tatsächlich alle zu vielleicht hat er einfach zugemacht, ja vielleicht war so ein Zombie eingesperrt genau innen sind alle Türen offen check ich bin bei dem toten Zombie oh, äh, schagelärter Schuss der wollte gerade schießen aus dem Double Brown der ist unmächtig äh, Double Red, Entschuldigung Double Red, nimm den Ziegelstein aus ja, alles klar ich geh mal ran ins Gebäude ja, der ist auf jeden Fall unmächtig okay dann halte ich den Eingang mal im Blick taucht gerade direkt zur Straße du bist nicht getroffen, oder was? nein, 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 nein okay ich hab ihn gerade noch rechtzeitig gesehen ich mach ganz nett, wie der Zombie ich mach ganz nett, wie der Zombie ich will den nicht soll ich mit dir am besten da helfen? warte, ich muss kurz Zombie loswerden ja, es leckt natürlich alles klar okay gut, ich seh, die Türen sind offen beim Double Red ja, der ist oben, der ist oben okay der ist immer noch oben ich kann jetzt nicht hin, weil ich Zombies habe und ich kann auch keine Waffe mehr gerade wechseln ich bin komplett gebuckt aber ist da unten die Tür und hat den zugemacht ja ist immer noch drin, hat die Tür zugemacht unten okay ich hab Gasgranate ja soll ich? und du hältst die Tür? ich kann gar nichts gerade machen ich kann nicht mal aimen ich kann noch nicht mal ins Corsair gehen Alter, was ist das für ein Bullshit der müsste Red Life sein, oder? weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er die Tür zugemacht boah, ist das eine Scheiße ich kann nichts machen das hat ich auch noch nicht ich steh hier, Alter wie oft präsentiert der gleich gerade dann komm, ich werfe da Granate rein ja, mach ich probier mal nen Vlog zu machen das ist ja wirklich gar nichts für uns großartig ja, dein Auto ich mach normalen Maid rein bist du im Ziege-Stein-Gebäude? nein okay, da ist noch einer ich bin war sie beim roten haus nord westlich straße gegen überlegen straßenseite im nächsten gebäude das war sie sehr schräg zum roten nach links die ausgesehen das siegelstein ist das wo die radio station sondern links neben dem da von unten von oben ausgesehen mann von süden ausgesehen links ja genau ich glaube wieder ein leuchert wird tot ich habe mich eingeloggt da war einer bei mir dran wahrscheinlich die zombies gesehen und wollte mich dann kriegen das ist ja unglaublich mit pistole und tortilla rucksack also schräg gegenüber vom double habe ich richtig verstanden ja gegenüber vom double hat es gar nicht so gut von gar kein gebäude auf der anderen straßenseite muss dann schon nach links gucken dann da direkt das erste so ein ding was so ein erdgeschoss hat mehrere räume das ist glaube ich das wo du so eine treppe hochkriegen kannst du eine geschlossene türe das war nicht der dem der der im double rapp war ist tot wo ist das das ist das ist der eine wirklich hat mich einfach nicht gerückt aber ich habe keine chance gehabt da habe ich von einem um die schüsse gebeten das ist was wir sehen haben hat er eine gleiche Okay, der ist weg. So, Freunde, das war es auch schon mit dem überlangen Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt ruhig in den Kommentaren, wie ihr die Länge fandet. Wollt ihr nichts zu meinen drei Teilen, zwei Teile aufgeteilt haben? Wollt ihr mehr von Nico auf mir sehen? Nico ist selbstverständlich unten in den Kommentaren verlinkt und in der Videobeschreibung. Also schaut da gerne mal vorbei, aber die meisten werden den ja wohl kennen. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder. Vergesst bitte nicht, das Video zu bewerten, zu kommentieren. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich bin raus!